Deiner Tochter jetzt mal wie sich ein Dicke im Arsch anfühlt, ey. Das war ein schönes Eingangswoche. Wir spielen heute wieder mal eine Runde Gegenschlag, globaler Angriff auf der Karte Sese. Die beiden sind eben über Veranda gepusht. Ich habe das Gefühl, dass jetzt instant geplantet wird oder die direkt picken. Ja, wie gesagt, wenn sie jetzt wie immer wie die letzten Bastarde spielen, dann spielen sie halt wie immer wie die letzten Bastarde. Nein, doch. Erkenntnis des Tages, Junge. Kommt der, Alter! Du scheiß Penner standst mir im Weg! Ah, nicht deine Schuld. Was machst du? Ich habe mich selber damit angehittet. Ich bin hochgebarbt. Fick. Es wäre vielleicht hilfreich, wenn ich mehr als sechs Schuss noch übrig hätte. Alter! Ich habe keine Munde mehr. Alter, aber ein Witz. Ich hätte den auch geholt. Ich konnte nicht zurück und reloaden, weil du mich blockiert hast. Ey, ja, du hast mich beim ersten blockiert. Ich beim ersten? Ich habe den auch fertig gemacht. Ich war doch voll, ey. Wie konnte ich dich denn blockieren? Ja, ich musste dich durchschießen. Ja, weißt du, wie oft ich schon durch dich durchschießen musste? Ja, ich habe dich dabei aber nicht erschossen. Oh, ich habe 88 Kills auf der Waffe, da schau mal was. Ich habe dich aber nicht erschossen. Ja, war nicht deine Schuld. War seine. Gute Idee. Ich bin tot, so ein bisschen. Der hat eine Deal. Erste Runde wegen einem gewissen, äh, Herrn verkackt haben. Ja. Und dann meine ich nicht dich, ich meine die Gegner. Welche Idioten, äh. Was, die es lassen sich nicht holen, äh, solche Sackgesicht. Ja, Achtung, erster ist instant da. Einer ist hinter der Tür. Yo, der Typ ist so ein bisschen ritt. Einer an der andere. Jetzt reicht's, Saga. Ich nehme wieder meine Waffe. Seine war so dreckig. Da ist es, habe ich doch seine aufgesammelt. Wie kann das sein? Achterweise. Dass ich mir einmal ganz kurz mal lehnen gönne. Ja, ich auch. Wer da genommen? Jetzt nicht so rushen. Nein, Mann. Komm runter. Komm runter. So, ich geh unten durch, wenn du jetzt verreckst. Unten, beide unten, beide an der Kellertreppe. Steh an der Kellertreppe, ja, ja, ja. Was sind das für Lappen? Jetzt mal ohne Witz. Ja, aber ich hab dir ja den guten Call gegeben, sonst hättest du die wahrscheinlich wieder nicht geholt. Du kriegst gleich einen Hatter von mir. Ja, sorry, du bist der Beste, ich weiß. Ich war Mitte wieder nach oben, Yo. Beide, beide unten beim Boot. Ich hol den einen jetzt eben. Ist auf der Kellertreppe nach oben. Oh, Alter, zum Glück. Was, wie kann das sein, dass ich jetzt einen Kill habe? Gefühlt mach ich hier die ganze Arbeit. Hey, gute Bede. Boah, es ist anscheinend nicht so. Einer war Veranda eben. Ich push den jetzt, weil der ist ein Lappen. Kellertreppe, Kellertreppe. Der hat deine Waffe. Oh, Lappen. Fische fangen, oder was? Oder Fische erschießen, eher. Mit Fang hat das eigentlich nichts. Aber wäre mal eine Maßnahme, dann könnten wir Fisch essen. Obwohl ich gar nicht so ein Fisch-Fan bin, nein, nicht. Ich auch nicht. Einer ist direkt nach oben gepusht. Im Wasser habe ich wieder, ey, der Typ. Die Bombe liegt im Wasser. Geiler Typ. Einer ist direkt nach oben gepusht. Geil. Also der muss so oder so zum Wasser eigentlich, wenn, ja. Wieso ist jetzt schon Teamwechsel? Ja, dann kann ich ja meine Waffen mal wegwerfen, top. Ja, dann würde ich mal zeigen. Easy da. T-E-K-9. Achtung, einer, Keller. Ja. Ich gehe links rum, unten. Unten, links rum. Einer, einer, Veranda. Sehr schön. Jetzt guck dir das an. Wow, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das sind sehr, sehr schöne Bilder. War mein Kopfschießende, Bastard. Ich habe mir eine 47er geholt. Also ich habe die 47er weggeworfen. Die 47er wieder aufgesammelt. Nice. Nebenbei bemerkt, so unnötig war. Einer, einer, unten, einer Fenster. Ich gehe die Nutzer jetzt pushen. Schau mal, du nicht um den unten. Hast du den? Nein. Jetzt. Habe ich. Es im Wasser. Lappen. Lass sie mal reporten. Die haben mich dreimal getötet. Lass sie mal reporten. Ja, mache ich so oder so. Keine Sorge. Ne, der eine ist ja total geistig verwirrt. Ersten Lappen. Er ist draußen. Habt den zweiten auch. Ich würde sagen, das war es dann mit der Runde. Die Gegner waren schon hochgradige Skiller. Ich hoffe, wir kriegen den nochmal tatsächlich. Ein bisschen wieder MG. Schreiben, dass es nicht so was wie so ein Revanche-Button gibt oder so. Das wäre geil. Na gut, bis dahin. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst ihr sehr gerne drei Milliarden Kommentare da. Bis dann. Ciao. Guten Tag. Ciao.